Moroni Olsen war ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben Moroni Olsen wurde als Sohn mormonischer Eltern in Oggen geboren. Sein Name leitet sich von dem Propheten Moroni ab, der, dem Kirchengründer Joseph Smith zufolge, die Schriften des Buches Mormon zusammengefasst haben soll. Schon früh begann Olsen als Schauspieler auf Zeltbühnen zu arbeiten. Bis im Alter von 30 Jahren war er mit dieser Form der Schauspielerei unterwegs. Die Moroni-Players waren zu jener Zeit ein Begriff. So spielte Moroni Olsen auch einige Jahre an Broadway-Bühnen. 1935 kam Olsen zum Film. Sein Debüt als Borthos in Die drei Musketiere war, wie der gesamte Film, eher schwach. Dennoch zeigten Hollywood-Produzenten wegen seiner tiefen und sonoren Stimme, die zudem durch seine Bühnenauftritte geschult war, Interesse an ihm. In der Folgezeit wurde er oft für historische Rollen gebucht. So war er in seiner zweiten Filmrolle als Buffalo Bill in dem Western Anioki an der Seite von Barbara Stanwyck zu sehen. Ein Jahr später folgte ein Auftritt an Katharine Hepburns Seite als John Knox in dem Historiendrama Maria von Schottland. Diese Rolle hatte er schon erfolgreich am Broadway gespielt. 1940 spielte er in einem Film mit, für den er durch seinen Glauben prädestiniert war. Als einziger Mormone spielte er in Trek nach Utah, der Geschichte des Zuges der Mormonen nach Utah, mit. Kurz darauf war er als Südstaaten-General Robert T. Lee in Land der Gottlosen zu sehen, 1952 als texanischer General Sam Houston in Mann gegen Mann. Im selben Jahr spielte er nochmals den Portos. In Die Söhne der drei Musketiere ist er als alter Portos in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Dies war sein dritter Filmauftritt in einem Musketierfilm. 1939 spielte er eine kleine Rolle als Beilief in der Komödienversion von Elendewan. Moroni Olsen war mehrmals als Sprecher in Filmen zu hören. So war er die Stimme des Zauberspiegels in der Originalfassung von Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ebenfalls sprach er eine der beiden sich unterhaltenden Galaxien in Erste das Leben nicht schön. Olsens Rollenspektrum war auf Schurken, Werbeszenebeamte, humorlos Ärzte und wichtige Männer festgelegt. In seinem letzten Film spielte er wieder eine historische Person, den Papst Leo I., In Attila der Hunnenkönig von Douglas Sirk, Moroni Olsen, der neben seiner Arbeit als Schauspieler auch die alljährlichen Pilgerväter-Aufführungen von Hollywood als Regisseur überwachte, Verstarb am 22. November 1954 an den Folgen eines Herzinfarkts, Filmografie, 1935, Die drei Musketiere, 1935, Aniogli, 1935, Keine Gnade, 1936, Maria von Schottland, 1937, Das Leben des Emile Sola, 1937, Der letzte Gangster, 1937, Schneewittchen und die sieben Zwerge Stimme, 1937, Manhattan Mary go round, 1937, Der Schatz am Meeresgrund, 1938, Goldene Erde Kalifornien, 1938, Entführt, 1938, That Certain A.G.E., 1938, Marie Antoinette, 1938, Die goldene Peitsche, 1938, Millionärin auf Abwägen, 1939, Homie Gidebouro, 1939, Die drei Musketiere, 1939, Fräulein Winnetou, 1939, Weg aus dem Nichts, 1939, Black River, 1939, Zwölf Monate Bewährungsfrist, 1940, Goldschmuggel nach Virginia, 1940, Trek nach Utah, 1940, Zum Bösen verdammt, 1941, Mit einem Fuß im Himmel, 1941, Dave Bomber, 1942, Reunion in France, 1942, Schiff Ahoy, 1942, Der gläserne Schlüssel, 1943, 1943, In die japanische Sonne, 1943, Botschafter in Moskau, 1943, Madame Curie, 1943, Das Lied von Bernadette, 1944, Ali Baba und die 40 Räuber, 1944, Buffalo Bill, Der weiße Indianer, 1944, Die Schlangenpriesterin, 1944, 1944, 30 Sekunden über Tokio, 1945, Solange ein Herz schlägt, 1945, Weekend im Waldorf, 1945, Wildwest rechnet ab, 1946, Morgen und alle Tage, 1946, Berüchtigt, 1946, Erste, das Leben nicht schön, 1947, Die lange Nacht, 1947, 1947, Hemmungslose Liebe, 1947, Unser Leben mit Vater, 1947, Anklage, Mord, 1948, Kennwort 777, 1949, Ein Mann wie Sprengstoff, 1949, Sturm über dem Pazifik, 1949, Samsen und der Leile, 1950, 1950, Vater der Braut, 1951, Die Ehrgeizige, 1951, Ein Geschenk des Himmels, 1951, U-Kreuzer Tigerhai, 1951, Mann gegen Mann, 1952, Die Söhne der drei Musketiere, 1953, Heirate mich nochmal, 1953, 1953, Villa mit 100 PS, 1954, Attila der Hunnenkönig